Mein kleiner Freund, der sauber schlacht, tanzt mit mir den ganzen Tag. Ich nehm ihn überall mit hin und zeig ihm alles, was ich mag. Es geht nach oben, wie ein Regenbogen. Es geht nach unten, wie ein Höllenmeer. Es geht zur Seite, einmal nach rechts. Es geht zur Seite, einmal nach links. Mit beiden Händen halte ich ihm das fest und tanze lustig mit den Lüften mit. Nummer 1, Nummer 1! Es geht nach oben, wie ein Regenbogen. Es geht nach unten, wie ein Höllenmeer. Es geht zur Seite, einmal nach rechts. Es geht zur Seite, einmal nach links. Jetzt mit einer Hand halte ich ihn fest und dann bin ich ein Regenbogen. Die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen jubelt ausgelassen in der Wahlnacht. Knapp 57 Prozent der teilnehmenden Berlinerinnen und Berliner stimmten zeitgleich mit der Bundestagswahl für ihren Volksentscheid. Ich habe mich ja im Wahlkampf sehr klar positioniert, dass ich Enteignung oder Vergesellschaftung nicht für den richtigen Weg halte, um dann die Frage des bezahlbaren Wohnens zu lösen. Unverschämtheit! Dieser Bürgermeister! Was fällt dem ein? Abwählen, sag ich! Abwählen! Wer glaubt, der kann alles machen! Er hat nur eins im Kopf. Geht, geht, geht! Ich wäre so gerne Millionär, dann wäre mein Konto niemals her. Ich wäre so gerne Millionär, Millionen schwer. Ich wäre so gerne Millionär. Hex, Hex, Hex! Gor, 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 Hex, HeX, Hex! Epivalente, dankeschön. Jeden einzelnen Dollar. Nein, Quatsch, das machen wir gleich.